hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge let's play europa universalis 4 wir haben in der letzten folge lüttich den krieg erklärt damit wir hier flandern einnehmen können ohne dass wir das problem haben dass großbritannien da was gegen hat außerdem sind wir dadurch mit österreich im krieg was mir auch ganz recht war denn die mussten mal langsam wieder ein bisschen geschwächt werden bis zu da am 8 januar die sind am 4 januar dort dann ziehen wir da erstmal hin und so jetzt hat er aufgegeben 12 januar 14 januar stopp mehr auswählen ihr gewaltmarsch 11 januar 12 januar so wollte ich das aussehen und haben wieder eine schlacht gewonnen dort oben die armee ist auf dem weg zu ruhen ja ist gut jetzt mal eben das geräusch aufhören die armee ist der weg zum ruhen unsere fokussierung auf bodentruppen hat vielen das gefühl gegeben dass wir eine hervorragende armee haben einige unserer besten und schlauesten köpfe möchten ihr als offiziere dienen einer weise entscheidung wir erhalten für prestig das ist doch sehr gut so hier läuft das alles noch ganz gut eigentlich ist hier ist immer österreich zusammenlegen weil wir eigentlich noch ein bisschen mehr abspalten sollten geben hier mal eine neue einheit aus mit allen kanonen dann könnt ihr mal los marschieren da ist ein großes regiment von österreich mein kichsgrund eroberung von baden so gut hier sind ein paar österreicher die uns nerven wollen die schlacht haben wir gewonnen wenn wir gerade mal hier hin ah Mist die haben hier einen moral tick gerade bekommen trotzdem läuft das ganz gut oh hier ist äh hier läuft das ganze nicht so gut oben haben wir gewonnen hier unten ist gerade eine riesen armee aufgetaucht leider ach ja das war nur weil die ja ja passt alles passt alles da oben haben wir verloren ich muss die geschwindigkeit runter stellen sonst schaffe ich das aber nicht das hier so schnell zu beurteilen warum ist hier eigentlich noch eine riesen armee in der pfalz witzburg sind wir doch auch im krieg ah die ziehen die nach bandwurr zurück das geht ja gar nicht 4. april 9. april waldmarsch 2. april 4. april ist gut traurige nachrichten der große staatsmann georgio und sowieso ist gestorben unser staats hier mit genua ist vorüber ok brauchen wir jetzt aber so schnell keine neue denke ich da oben machen wir auch einiges an verlusten wir stehen gerade mal so und hier müssen wir unbedingt dorthin oder wir müssen dorthin ah ne da hilft uns schon böhm hilf uns salzburg kommen sie eigentlich früh genug an hilf uns doch böhm am 20 april dann ist die schlacht vorbei oder ne sie haben es noch gerade geschafft ist gut so da haben wir jetzt auch die schlacht geschafft dann könnt ihr mal direkt weiter dort hin ziehen so das ist eine sehr wichtige schlacht hier oben bedroht warum seid ihr bedroht von uns wir wollen euch doch gar nichts böses will ich sogar wirklich nicht denn venedig hat uns eigentlich immer sehr gut geholfen in kriegen wenn du gerade nach wirt nach wirt nach wirt nach wirt nach mann vorläufst du doch bestimmt oder dann warten wir da mal auf dich gleich stopp bleib da mal stehen denn dann solltest du die jetzt auch noch bekommen schade ist kein ganzes dick weit gewesen so wir müssten mal einmal auf den neuen monat warten da sind wieder brandenburgische Truppen die aber besiegt wurden steht hier gerade mal da rein vielleicht können wir euch nochmal eben Anführer zu teilen hier oben ist Dänemark Dänemark ist jetzt also doch in dem Krieg waren am Anfang nicht dabei meine ich so hier oben werden wir auch belagert ja was ist denn hier für eine Armee von uns eine einwandstarke Armee dann seid ihr da und ihr dort mal verstärken gerade brauchen wir wirklich gerade mal einen Moraltick damit wir die hier auch eben auseinander nehmen könnten das wäre dann wirklich gut so da müssten wir eben schauen wo die hin rennen vermutlich ziehen die sich nach Wien zurück das weiß man ja leider immer nicht so genau wo die sich hin zurück ziehen wir schneiden ihn an sie bleiben da stehen das ist gut zu wissen das heißt wir sollten die Armee bekommen leider einen Moraltick am ersten gibt es ja immer den Tick beziehungsweise kampftechnisch gesehen am zweiten also wenn man am ersten kämpft dann haben sie noch die niedrige Moral aber am zweiten haben sie dann die neun also was ist mit euch warum habt ihr so wenig Moral das gefällt mir nicht dass die so wenig Moral haben so da oben haben wir die Schlacht gewonnen das reichte leider allerdings noch nicht um die endgültig zu besiegen was ich wiederum nicht so schön finde Bremen versucht was bei uns zu erobern warum dauert das hier eigentlich so lange das zu erobern so gute Festigungsanlagen äh Festungsanlagen so 28 das ist aber doch nicht viel Moral warum habt ihr so wenig Moral das gefällt mir noch nicht ziehen die sich denn ganz hin zurück ah da habe ich wieder nicht aufgepasst machen wir mal dass wir da die Schlacht gewinnen weil wir besser ein General haben ah die werden sich nach Brandenburg zurückziehen so wie ich das sehe das Ziel von Thüringen hier oben wir schicken mal unseren Großteil der Armee nach Wien ah das sieht ganz gut aus Schlacht dort so jetzt ist hier auch eine vernünftige Moral zumindest bei den meisten ist das am Gewaltmarsch ah die sehen uns leider als Wettbewerber um die Weltherrschaft an das ist unschön können wir vielleicht unsinnig tun Tunesien ist verschuldet bedrohte Haltung warum seid ihr denn alle in der bedrohten Haltung das ist doch gemein ich habe euch doch nichts getan die fliehen nach Berlin äh nach Bremen nicht nach Berlin den gibt es ja gar nicht warum ist denn unser Moral niedrig? da lagert man gerade Brandenburg dann können wir die vielleicht irgendwann raus kaufen Befestigung die Befestigung des Reiches hatten die permanente und größte Aufmerksamkeit des Regenten ja das kennen wir ja schon in Nabon wo ist denn Nabon ist Nabon ups an der Grenze Na na Bon da unten bis 1821 oh das können wir gerade noch machen 50 Dukaten nationale Institutionen in letzter Zeit verlagen mehr und mehr Leute auch nach repräsentativen nationalen Institutionen der Staat bin ich eine Stabilität verlieren gebt ihnen was sie wollen wir verlieren von einem 35 und auch das grad lieber symbolische Nationalisten ganz schön noch Revolten aktuell leider äh ok stopp können wir wir können zwei Einheiten rekrutieren das grad mal hier ja das ist ok so jetzt könnt ihr mal gerade hier die abräumen ach so Pause ist wieder drin das ist natürlich Quatsch dass da die Pause drin ist ich mach nicht viel zu viel Schaden ne eigentlich viel Schaden sollten wir nicht machen dürfen was ist denn hier mit Thüringen dann halt Ziel von Böhm Kampf gegen den inneren Kampf ach nö das hört sich nicht gut an manchmal leben wir wie sich Konflikte auf der internationalen Bühne innerhalb unserer eigenen Grenzen wiederholen heute erreichten uns Meldungen darüber dass unser Krieg gegen die Anhänger des restrukturiert zu einem religiösen Konflikt in Hainnot führte oder restrukturiert und der katholisch ist Übersetzung nebeneinander bestehen Menschen die als Nachbarn und Freunde waren greifen sich nun aufgrund dessen an was sie als Differenzen zwischen uns und unseren Gegnern ansehen wie der Krieg so muss auch der Konflikt seinen Lauf nehmen wir verlieren 4300 Zahl eine von zwei Optionen wird eintreten und wird sich was sonst auf Hainnot ist nun katholisch oder kein Effekt oder vereint euch gegen den wahren Feind nö das ist okay 4.000 Soldaten zahlen wir haben genug Soldaten zahlen und eventuell haben wir den Vorteil dass die katholisch werden die sind katholisch geworden ja das ist doch gut trotzdem erhöhen wir grad da mal die Autonomie in diesen Regionen wo es so unruhig alles ist das ist zwar schade weil das uns Geld kostet aber das können wir uns da grad nicht leisten da müssen wir auch unbedingt gleich schauen können hier mal den Großteil der Armee weg schicken nach Graubünden erstmal mit Hoffnung dass wir die irgendwie abfangen 10. Oktober 5. Oktober aber wenn sie es sich leider anders überlegen wenn ich da bin das sehe ich schon kommen wir werden da nicht einfach dumm rein rennen so blöd sind sie dann leider doch nicht aber wir nehmen das grad mal mit und dann gehen wir hier in die Regionen rein Lüttich ist schön weit das Riesland wird leider gerade von Brandenburg auseinander genommen ok das ist nicht gut da haben wir sie immerhin besiegt dort oben ist Würzburg nochmal sie marschieren nach Linz und denen ich grad mal eben einmal entgegenlaufen ich finde natürlich wichtig ist dass wir Wien belagern weil das bringt echt immer viel die können wir auch mal eben gerade mitnehmen ist ja nur 0,3 so dann bleibst du hier grad mal stehen Schlacht von Lüttich haben wir leider verloren oh das ist schlecht 14 Regimenter die Leute zurück Lassen Sie sich nicht zurückziehen ja blöd ja da werden wir dann gleich irgendwie ankommen müssen das hilft nichts hier oben die Sachen leider aufgeben so wie es ausschaut sind natürlich hier gleich die Sachen fertig aber sie laufen dort weg das ist ganz gut Demenmark hat gleich Ostfriesland besetzt dann gehst du hier grad mal rein so so damit ist Trier doch hier schon mal wieder besiegt hier was abspalten einer hier müsste sich aber noch was abspalten lassen so so dann dürft ihr mal hier weiterlaufen wir müssen nämlich hier oben jetzt hier oben sind die wichtigen Kämpfe gerade ah shit die kommen hier hin und das leider zu früh mit General dann haben wir dann dann haben wir dann ran bekämen wäre das ganz ok aber das werden wir wohl nicht schaffen Leider verlieren nur wie es ausschaut Salzburg ist belagert Okay Dann kann der gerade mal... Wow Hallo Das sieht doch mal stark nach einem Absturz aus Oder? Ne Jetzt doch nicht Okay Jetzt ist wieder alles okay Merkwürdig Da hing mein Spiel gerade kurz Aber ich glaube es ist sowieso was passiert Ich glaube ich habe auch kein Internet mehr So wie das gerade aussieht Was ist denn hier los? Naja das werde ich gleich mal am Ende der Folge schauen Im Moment brauche ich es ja nicht Aber unsere Folge ist gleich schon wieder zu Ende Sehe ich gerade Ah hier oben verlieren wir halt Irgendwie kann man halt auch fliehen Ich weiß noch nicht wie Naja dann flieht halt nicht Das kostet uns zwar dann leider was Aber das können wir nicht ändern Stopp Wir müssen die hier unbedingt abfangen Das ist wichtig Wir müssen nämlich auf jeden Fall mal wegkommen So wie sieht das da oben aus? So Können wir da auch nochmal hingehen? Aber ich denke ich werde hier oben die Schlacht mal eben gerade noch führen Aber die wollen sich hier wirklich dem noch dazu stellen So wie das ausschaut 17. Januar 15. Januar Schlecht 19. Januar 20. Das gibt es doch nicht Ich habe mich jetzt ernsthaft wegzukommen Aber ja aber nicht alle ne Nee Mindestens die nicht So Jetzt zieht euch wieder nach Flandern Hier oben hat es Dänemark leider geschafft Das Friesland zum Kapitulieren zu zwingen Das ist nicht so schön Und hier sind ja 15 Truppen Und hier ist es denn hier dran Türigen Vatikan Erlauben hier keinen Anschluss Das ist glaube ich besser Dann könnt ihr woanders hinlaufen Das bekommt uns glaube ich insgesamt besser Wir haben glaube ich ziemlich viel zusammen verloren Naja geht noch Nicht so hoch über Äh Unterm Truppenlimit Gut wäre es wenn hier unten auch Mantua fallen würde Langsam mal Dann könnten wir die wenigstens mal rausholen Aber da oben haben wir auch verloren Das sind alles hier nur ein Brandenburg wurde belagert Sehr gut Die haben wir abgeräumt hier Ist auch sehr gut Dann kann man nach Potsdam gehen Und Rupin scheint es auch sehr gut zu laufen Das ist immer nur weil ich es nicht vernünftig sehe Weil ich an zu vielen Schauplätzen hier gleichzeitig kämpfe Deshalb verliere ich jemanden hier schlachten Aber das ist eigentlich gar nicht so wild Denn dafür geht es uns schon eigentlich zu gut Als dass das wirklich schlimm wäre So hier können wir jetzt wieder ein Teil abspalten Ah ne machen wir das jetzt so Teil geht hier hin So Dann wird hier ein Teil Neu ausgehoben Dann gehen wir da rein Und hier geht jetzt nach Lüttich So da ist die wichtige Schlacht Ah ich wollte ja auch gerade schon die Folge beenden Das mache ich dann gleich auf jeden Fall Ich hoffe dass das nicht asynchron wird Die Folge Dadurch dass das gerade eben Einmal kurz unterbrochen war Muss ich gleich auch auf jeden Fall mal nachschauen Aber ihr werdet da vermutlich nichts von mitbekommen Weil ich das wenn dann Kapp Äh Verbessern würde Immer wenn ich was anderes lese Und dann was gleichzeitig sage Das habe ich hier zwischendurch Kapp gesagt Weil Es kapituliert hat So hier machen wir mal gute Fortschritte an sich So hier ist Lüttich Das ist aber eigentlich auch egal Ihr schickt jetzt euch da hin Hier oben wichtige Leute Nein So jetzt haben wir nämlich die Schlacht von Ansbach gewonnen Im Gegensatz zu gerade eben Jetzt gewinnen wir noch eben die Schlacht Von Aachen Und schicken dann nochmal die Leute auf den Weg hier gegen Dänemark Ich denke da würde sich Böhm auch zu bereit erklären dazu helfen Oder rennt ihr hier hin? Nö Okay Okay Die kämpfen da auch mit Okay So Damit ist die Schlacht Und dann ist die Schlacht Und dann schicken wir noch mal die Schlacht